Mein Name ist Dietmar Hülsmann, man nennt mich Didi. Der Krötenzug geht zum König hin und beim König gibt es einen Frühschoppen. Und wir bringen für den Frühschoppen die Verpflegung in Form von Wurst und Butterkuchen. Das ist die Tradition. Es ist daraus entstanden, dass damals zum König ein Frühschoppen hingewandert ist und daraus hat sich dann dieser Krötenzug entwickelt. Hier sind nur fröhliche Leute und feierwütige Leute, die Gas geben. Gezogener Berg und Tal, der deutsche Kahn gezogen beim ersten Sonnenstrahl. So wollen wir wie die Annen mit echten deutschen Seelen. Wir folgen unserem Fahnen zum Schützenplatz hin. Juhu!